Was der Gorilla dieser Frau angetan hat, schockierte alle. Der Gorilla ist eines der faszinierendsten Tiere des Dschungels. Diese imposanten Tiere sind bekannt für ihre eindrucksvolle Statur und ihr dichte schwarzes Fell. Genetisch sind Gorillas unsere nächsten Verwandten im Tierreich nach den Schimpansen. Wir teilen rund 98% unserer DNA mit ihnen, was faszinierende Einblicke in die Evolution bietet. Der Multimillionär und Wildhüter Damien ist nicht wie der Rest von uns. Er hat zwei Gorillas.